Hi! Hier ist eure Tonspielbratikantin Miriam. Ich bin gerade bei der Arbeit, aber ich bin gleich für mich. So, das war jetzt ein bisschen lauter. Das war unser Künstler Erik Junker. Er hat eine Wahnsinnsstimme und sie proben gerade für einen Auftritt morgen. Jetzt geht's los mit dem vierten Teil des Studiopraktikantenblogs. Diesmal war ich in Hamburg bei Wir bieten mehr. Bei Wir bieten mehr handelt es sich um eine Art Künstlerkette, wo deutsche Künstler miteinander agieren. Unter anderem dabei waren Cassandra Steen, Yandilei, Sido, Materia, Sabinaidu, die Söhne Mannheims, Kul Savas. Das heißt, viele deutsche Künstler haben zusammen dort eine großartige Show hingelegt. Sie wollen es doch, sie können es nicht, weil ihre Waffe hat unserer Liebe zerbricht. Sie wollen es doch, sie können es nicht, weil ihre Waffe hat unserer Liebe zerbricht. Schade nur, dass der groß angekündigte Sido nicht erschienen ist. Trotzdem war es ein grandiose Abend und ich würde jederzeit wieder hingehen und ich würde es jedem empfehlen. Ihr tut also gespannt, was bald noch passiert. Es folgen weitere Vlogs. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.